Die DHV News vom 9. November 2018 Midterms Michigan legalisiert Cannabis SPD dreht sich im Grab um Herzlich willkommen bei den DHV News. Da bin ich wieder, zwei Wochen Urlaub sind schon rucki zucki wieder um und ich habe sehr interessante Nachrichten hier auf dem Tisch liegen von den letzten drei Wochen. Da freue ich mich auf diese Ausgabe. Aber vorweg zwei Vorbemerkungen. Nächste Woche sind wir noch mal nicht am Start mit den DHV News, weil nächste Woche findet die große Cannabis-Normalkonferenz statt. Am Freitag geht die schon los und da sind wir im vollen Orga-Stress. Da schaffen wir die News nicht. Aber danach geht es dann, wenn alles gut läuft, durchgehend regelmäßig bis Weihnachten hier wieder weiter mit den DHV News. Und mein zweiter Punkt in der Vorbemerkung ist der, dass ja unsere Weihnachtsspendenkampagne demnächst wieder anfängt. Und da wollen wir diesmal eine Justizkampagne machen für nächstes Jahr. Und dafür brauchen wir noch Leute für Videos. Also Leute, die wegen relativ kleiner Cannabis-Vergehen relativ hart bestraft worden sind, die die Ungerechtigkeit der aktuellen rechtlichen Lage richtig schön darstellen. Also wenn ihr bereit seid, mit eurem Fall vor die Kamera zu gehen, Gesicht zu zeigen, eure Geschichte zu erzählen, einigermaßen geradeaus reden könnt und das auch innerhalb der nächsten zwei Wochen in etwa abdrehen könnt, dann meldet euch ruckizucki unter kontaktdertanverband.de und schildert möglichst konkret eure Geschichte, die ihr bereit seid, in die Kamera zu erzählen. So, jetzt zu den einzelnen Punkten. Und da bleibe ich noch einmal kurz in eigener Sache bei der Cannabis-Normalkonferenz. Zum letzten Mal hier im Vorfeld der Konferenz muss ich doch nochmal sagen, dass die stattfindet und dass wir da zwei Inhalte exklusiv vorstellen werden. Wir haben schon auch massives Medieninteresse, viele Anmeldungen, insbesondere wegen der Haukapp-Studie, wo Professor Haukapp seine Zahlen, seine Berechnungen zu den Kosten der Cannabis-Prohibitionen in Deutschland persönlich vorstellen wird. Und außerdem machen wir jedes Jahr eine Umfrage, Infratest-DMAP, wie stehen die Deutschen zur Legalisierung. Die Ergebnisse habe ich schon auf dem Tisch, aber ich verrate sie euch noch nicht, weil wir die auch exklusiv und ausführlich auf der Kanoko vorstellen werden. Aber danach dann in der Woche in den News wird beides hier natürlich Thema sein. Da werde ich die Ergebnisse vorstellen hier. Wer es ausführlicher wissen will, komme zur Kanoko. Das Programm steht. Wir haben auch ein interessantes Rahmenprogramm diesmal, damit wir euch anständig bespaßen können, auch nachdem wir euer Hirn voll geballert haben mit Wissen, mit Gesprächen und so weiter. Da wird es also auch schöne Dinge zum Entspannen geben, wo ihr dann mal ein bisschen rauskommt aus dem Konferenzbetrieb. Also wir freuen uns jedenfalls drauf, dass für den DHV das Event des Jahres, wir erwarten über 200 Teilnehmer diesmal. Ein paar Tickets sind noch dabei für kurz entschlossene Infos dazu in der Videobeschreibung oder vielleicht auch hier oben. Also wir sehen uns. Jetzt aber zu den Midterms in den USA. Das ist die Nachricht dieser Sendung. Da hat sich einiges getan. Es wurde nicht nur über die Besetzung des Kongresses in den USA abgestimmt, sondern in vier US-Staaten auch über Cannabis-Themen. Und es ist 3 zu 1 für uns ausgegangen sozusagen. Nur in North Dakota ist die Legalisierungskampagne gescheitert. Das war ein relativ radikaler Vorschlag von einer Graswurzelbewegung, die nicht viel Geld hatte für ihre Kampagne. Die Gegner hatten viel Geld und die haben also mit 40 zu 60 die Abstimmung verloren. Aber dafür gibt es jetzt zwei neue US-Bundesstaaten, in denen Cannabis als Medizin legal und erlaubt ist. Das ist Utah und Missouri. Und vor allen Dingen der große Knaller Michigan. Da ist die Legalisierungskampagne durchgegangen. Per Volksabstimmung hat Michigan Cannabis legalisiert. Und die größte Stadt von Michigan ist Detroit. Das kennen sicherlich einige als die große Autorstadt und auch die Stadt des Techno. Da wird man also innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre auch im Fachgeschäft als Erwachsener Cannabis einkaufen können. Auch anbauen können übrigens, das ist auch hier wieder mit Teil dieses Beschlusses des Volkes, das man also auch für seinen eigenen Konsum selbst anbauen kann. Und diese 10 Millionen Einwohner von Michigan haben unserem Counter der legalisierten Weltbevölkerung auf der DHV-Seite wieder einen ordentlichen Schub verpasst. 10 Millionen mehr, das bedeutet, es leben jetzt 116,5 Millionen Menschen in Gebieten, in denen der Cannabismarkt vollständig reguliert ist, inklusive Fachgeschäfte und so weiter, wo man als Erwachsener dann einkaufen kann. Das bezieht sich auf Uruguay, Kanada und die USA bisher. Die Niederlande zum Beispiel zählen wir nicht mit, weil da eben die Produktion und so weiter nicht vollständig reguliert ist, sondern nach wie vor Schwarzmarkt. Letztes Jahr gab es einen großen Durchhänger in dieser Statistik. 2017 ist überhaupt nichts dazu gekommen. Aber jetzt, 2018, haben wir einen großen Sprung um insgesamt 45 Millionen Menschen gemacht, die wir da jetzt mitzählen können. Und wir sind gespannt, wie es weitergehen wird. Ja, und wie geht es weiter? Da gucken wir natürlich insbesondere in die USA. Da bleibt es spannend. Zum Beispiel der US-Staat New Jersey hat angekündigt, recht bald die Legalisierung im Parlament zu beschließen. Also diesmal nicht per Volksabstimmung. Jetzt kommen langsam auch die Parlamente selbst sozusagen auf den Trichter, dass die Legalisierung Sinn macht. Und das klappt vielleicht noch dieses Jahr. Dann können wir den Counter für 2018 noch ein bisschen höher stellen. Aber interessanter wird jetzt auch immer mehr, was passiert auf Bundesebene in den USA? Da könnte der Durchbruch schneller bevorstehen als gedacht, selbst unter Trump. Es gibt neue Umfragen, die wieder Rekordwerte der Zustimmung zur Legalisierung dargestellt haben in den USA. Eine Umfrage kam auf 62 Prozent, die andere auf 68. Bei beiden Umfrageinstituten war das ein Rekordwert. Das ist auch schon seit Längerem so, dass es hohe Zustimmungswerte gibt, weit über 50 Prozent mittlerweile. Das spricht dafür, dass dieser Trend praktisch nicht mehr aufzuhalten ist. Und außerdem hat Trump seinen Justizminister nach dieser Wahl gefeuert, Jeff Sessions. Das war der härteste Cannabis-Gegner in der Trump-Regierung, von dem man immer noch gedacht hat, naja, vielleicht wenn man den von der Kette lässt, dann versucht er wieder alles zurückzudrehen. Der ist jetzt weg. Wie sein Nachfolger als Justizminister zum Thema steht, wissen wir zwar noch nicht, aber der ist wahrscheinlich jetzt hauptsächlich erstmal damit beschäftigt, Trump vor Strafverfolgung zu schützen. Deswegen muss Trump ja gehen, weil er diese Untersuchung gegen Trump nicht unterbunden hat. Damit wird also der neue Justizminister ausgelastet sein vermutlich. Aber viel wichtiger ist, dass sich Gerüchte in den USA verdichten, dass Trump möglicherweise selbst jetzt soweit ist, das Ganze auf Bundesebene zu regeln. Möglicherweise tatsächlich auch die vollständige Legalisierung anstrebt, jetzt in der zweiten Hälfte seiner Amtsperiode oder zumindest medizinisches Cannabis auf Bundesebene jetzt mal regelt, dass das nicht jeder einzelne Staat sich da erkämpfen muss. So oder so bleiben die USA voll auf Legalisierungskurs. Und währenddessen als nördlicher Nachbar der USA in Kanada sind die Cannabis-Lager leer gekauft. Es gibt keine Ware mehr oder kaum noch Ware. Und das war schon zwei Tage nach Eröffnung der Shops und Online-Portale. So am 17. Oktober ging der Verkauf los. Am 19. Oktober war praktisch alles ausverkauft. Und das hat die Kanadier doch etwas überrascht. Sie haben schon damit gerechnet, dass da erstmal Engpässe geben wird, weil ja die Produktion sich da erstmal einspielen muss und so weiter. Aber dass die Nachfrage so hoch sein würde, damit haben sie da drüben auch wiederum nicht gerechnet. Und das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Das heißt, die Kanadier nehmen das gut an, den legalen Markt, und steigen schnell um vom Schwarzmarkt auf dieses neue Angebot mit geprüfter Ware und so weiter. Spricht auch dafür, dass das Preisniveau nicht zu hoch ist. So weit, so gut. Jetzt heißt es für die kanadischen Handfirmen, growen, growen, growen. Gucken wir auf die andere Seite der USA im Süden nach Mexiko. Da geht es jetzt auch sehr schnell vorwärts. Da hatte gerade erst das oberste Gericht geurteilt, dass das Verbot des Besitzes geringer Mengen und des Anbaus zum Eigenkonsum verfassungswidrig ist. Und ruckizucki, wenige Tage später, kommt die Regierung hinterher, die Regierungspartei mit einem Gesetzesentwurf zur vollständigen Legalisierung von Cannabis. Also nicht nur Eigenanbau, sondern mit Handel und allem drum und dran. Und das war schon so ein bisschen zu erwarten. Es gab da Wahlen in Mexiko vor nicht allzu langer Zeit. Und der neue Präsident und seine Berater und so weiter haben sich da sehr offen gezeigt beim Thema Drogenpolitik. Die wollten das angehen. Aber jetzt tatsächlich liegt dann der Gesetzesentwurf vor, getragen von diesem Urteil des höchsten Gerichts. Und das spricht alles dafür, dass es da tatsächlich auch jetzt vorwärts geht. Und ich habe hier in den News vor nicht allzu langer Zeit mal gesagt, dass irgendwann demnächst mal ganz Nordamerika vom Handverbot befreit sein wird. Und auch das könnte eventuell jetzt viel schneller gehen als gedacht. Ja, was geht in Deutschland, fragen sich jetzt wieder alle. Wieso redet der immer nur vom Ausland? Was ist denn hier so los? Es kommen immer Fragen und Kommentare rein. Was ist mit den drei Anträgen aus der Opposition im Bundestag? Was ist mit unserer Petition, die ja jetzt schon seit über einem Jahr im Bundestag rumliegt sozusagen, im Petitionsausschuss? Und was das angeht, schauen alle Augen auf die SPD. Gut, man schläft ein bisschen ein beim Zuschauen. Das ist eine sehr zähe Angelegenheit. Ihr erinnert euch, die SPD ist diese Partei in Rot, die in den Umfragen jetzt bei irgendwas 0,13 Prozent rumdümpelt. Aber immerhin, im Bundestag ist sie noch relativ stark vertreten. Sie ist in der Regierung mit drin. Und die Regierungsmehrheit muss ja eben über diese Anträge letztendlich entscheiden. Und auch im Petitionsausschuss über die Petition entscheiden. Also muss sich auch die SPD mal entscheiden, wie sie mit dem Thema umgehen will. Und das dauert und dauert vor sich hin. Die hatten offenbar lange Zeit jetzt was anderes zu tun, als sich Meinungen zu Themen zu bilden. Aber jetzt kommt ein bisschen Bewegung in die Sache. Nämlich der Arbeitskreis Gesundheit der SPD-Fraktion hat jetzt einen Beschluss gefasst. Die sind dafür, kommunale Modellprojekte zu erlauben zur Cannabisabgabe und die Konsumenten zu entkriminalisieren. Konkret wollen sie in dem Fall jetzt den Besitz geringer Mengen von der Straftat zur Ordnungswidrigkeit herabstufen. Das ist jetzt keine sehr spektakuläre Neuigkeit, weil genau auf dem Stand waren die im Prinzip schon vor der Wahl, vor September 2017. Da hatte auch dieser Arbeitskreis Gesundheit sich für Modellprojekte ausgesprochen. Jetzt haben sie halt nochmal aufgewärmt, diesen Beschluss aktualisiert für die neue Legislaturperiode. Aber es sind nur die Fachpolitiker, es ist nicht die ganze SPD-Fraktion, der drogenpolitische Sprecher Heidenblut, gesundheitspolitische Sprecherin und so weiter. Die sind jetzt also dafür, haben das nochmal bekräftigt. Aber wie das jetzt weitergeht, mal sehen, ob die weiter vor sich hin schnarchen. Letztendlich muss sich die komplette SPD entscheiden. Wir hatten ja vor kurzem deswegen auch diese Videopetitionen online gestellt nach der Sommerpause. Die verlinke ich auch nochmal unter dem Video. Hat mittlerweile 68.000 Klicks oder so von all den Leuten, die uns da pushen wollten, die die SPD pushen wollen, endlich mal irgendwie zu Porto zu kommen. Und wir werden jetzt sehen, ob sich mit dieser kleinen Nachricht die SPD nur mal im Grabe umgedreht hat. Oder ob die tatsächlich noch in der Lage sind, vernünftige, sinnvolle, sachorientierte und soziale Beschlüsse zu fällen. Und sich für eine vernünftige Cannabis-Politik auszusprechen und damit quasi aufzuerstehen aus ihrem Grab. Mal sehen, ob sie noch jemand braucht, ob wir sie noch brauchen. Übrigens sind sowohl der aktuelle drogenpolitische Sprecher der SPD als auch der vorherige drogenpolitische Sprecher der SPD beide auf der Cannabis-Normalkonferenz dabei. Da könnt ihr das mit denen auch persönlich besprechen. Das sind die Guten, die innerhalb der SPD für die Legalisierung kämpfen, für diesen Beschluss, dass die SPD da endlich mal zu Potte kommt. Und wer weiß, vielleicht schaffen die das ja. Und nächstes Jahr beehrt uns vielleicht Frau Nahles dann auf der Cannabis-Normalkonferenz und kann dann stolz die Auferstehung verkünden. Und ja, dann können wir sie auch feiern. Damit komme ich zu den Terminen. Es sind ein paar mehr wieder jetzt, weil nächste Woche ja ausfällt die News. Da gehe ich bis Ende November fast durch. Da haben wir in Mainz den Cannabis-Stammtisch am Dienstag, 13. November in Wuppertal ein offenes Treffen der DHV-Ortsgruppe Bergisch Land am Dienstag, 13. November. Freitag, 16. November bis Samstag, 17. November Cannabis-Normalkonferenz. Jetzt die letzten Tickets sichern. Und in Berlin trifft sich das Selbsthilfenetzwerk Cannabis als Medizin am Freitag, den 16. November. Dann haben wir in Hamburg das zweite Treffen der DHV-Ortsgruppe in Gründung. Würde mich auch freuen, wenn das zustande kommt. Und es kommt zustande, wenn ihr da hingeht und mitmacht. Dienstag, 20. November. Wir kriegen mal diese Fragen. Warum gibt es keine Ortsgruppe bei mir in der Stadt? Ja, also wenn da jemand schon sich aufmacht und eine Ortsgruppe gründen will, dann ist es euer Ding, da hinzugehen und richtig in Fahrt zu kommen. Dann haben wir in Heidelberg das Treffen der DHV-Ortsgruppe Rhein-Neckar am Dienstag, 20. November. In Berlin trifft sich die Ortsgruppe Mittwoch, 21. September. In Augsburg trifft sich die Ortsgruppe am Donnerstag, 22. November. Und nochmal 22. November Treffen der DHV-Ortsgruppe in Dresden. Ihr findet die ganzen Infos, wann und wo das ganz genau ist und so weiter, wie immer unter dem Video. Da ist ein Link zu unserer Terminübersicht auf der DHV-Seite. Da könnt ihr euch zu den Events durchklicken und dann da mal vorbeischauen. Damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns wieder am 23. November. Nicht vergessen, die nächsten DHV-News fallen nochmal aus. Und ja, damit bitte ich euch mal wieder, diesen Kanal zu abonnieren. Gerade wenn zwischendurch ja mal so ein paar Ausgaben ausfallen, ist ja besonders wichtig, dass ihr die Nachricht bekommt. Wenn wir dann wieder am Start sind mit der nächsten Ausgabe und auch mit anderen Videos, die da noch kommen bis Ende Dezember. Also abonnieren, liken, Glocke aktivieren, das ganze Programm. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.